Heute zocke ich mit dem Kubalim 1 Ich heiße aber Testnummer 3 Das ist kein Heute gucken wir uns dieses schöne Kino an Das von mir erbaut wurde Ein bisschen auch von den Ein bisschen, ne? Also hier kann man sich die Tickets kaufen Warte, Eintrittskarten, wie ihr seht Oh, ich muss mal kurz Ja, so So, wie ihr seht Und heute bin ich mit einer anderen Kamera Ist es euch aufgefallen Und ich wollte nur mal kurz zeigen Ich hab Optifine drin, wie ihr wisst von dem Total, und hier ist mein neuer Skin Geil, Leute Ja, es passiert kein Ja, okay, okay, wir machen weiter Weil der Testnummer sonst weint Einfach Musste mal sein Okay, jetzt Komm, hier rein, hier rein Nein, das interessiert Okay, okay, wir holen uns jetzt mal einen Sneaker Oh, Mann, es leckt aber auch ein bisschen Muss man sagen Hier, da Hier die Sneakers Oh, ich kann die Sneakers Alter Hier sind die Sneakers Hier sind die Sneakers Das sind Prägele Hallo, du nimmst mir meine Sneakers Hier, meine Sneakers Aber ich hab keinen Hunger, also weg damit Trifst der böse, junge Alter Okay, okay, wir gehen jetzt mal in auf die Toilette Ja, metalsbes notorci mixing ist das BEjar Ja, die Toilette kann région, und auch die Toilette mit der Beeicitaten auf noch allein gehen Hier wieder Ich komult mich mal kurz mein Geschäft ausehen Panam So, Sabbat, ich nehme mir So, Sabbat, ich nehme mir Ich erkenne mich, das wird noch hier ein bisschen stinken Eh ah No, Sha! Ich will die Toilette gefallen Math第22 Geschehle Rush, pasa! Okay, jetzt muss man abziehen Beide So, ruckelt Rotterpfkt da kommt der Spannar mal Female ich weiß nicht, dass sie hinter den Sting ja okay, ich kann auch gleich auch nicht, hier gehen wir jetzt erst mal in den Wartesaal boah der Wartesaal der Film fängt an, dann sollen wir Zeit in der Kinder 2 oh warte mal, ich darf das nicht sehen, ich nehme jetzt mal eine schöne kleine Limonade wie ich sehe, hat gerade ein Film gestartet und ich bin auch schon vorführend, und da roten Einwalt von I.U ja ja, klar, ne ja Aiu, 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 für nur 4 Behinderte äh, dein Platz ist nie ganz unten ja ja, schön für dich, ich kriege hier mal ein bisschen was zu essen, du armer Jung oh lecker so, ich setz mich ganz oben, ich bin der Boss, man kickt den Boss und der Film beginnt aber ich will nicht mal einstellen, ich will nicht mal schlüpfen gucken es ist Aiu, Aiu was bist du denn für ein Schlumpf? jetzt fällt du jetzt bin ich gerade die schlimmste okay, 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 der 5 ist zu Ende okay, der 5 zu Ende, ja, ja, schön, wir können 3 zu Ende, 2 gehen, da, äh, wir haben auch, den Film weitersehen und die Ehe, eine kleine Information, die Map wird bald verlinkt, verlinkt, er gesagt, als deutlichphant er late Eux auf sicherlich mache ich auf hier könnte dann noch eine schöne Kino jeweils im ja Das kleinen Kinder Kino, dann die Hände cricket über Ad coming theded dass da ein die die 萬ag Learning долig mal hilflich Kino springt wir sind in der Einladung der Barriere ich finde ich guck mich einfach das Kino an ich bin dann mit ein Kino eine Mäuter aber er hat sich mal kurz in mein Haus und heute auch noch gut zeigen das haben wir eben erlaubt wir können auch nebenbei der Stadt ein Wettbewerb und irgendwo eingestellt und er hat ja genau die mit ihm eingestellt könnt ihr dann verlinkt wenn es euch gefällt es war nur ein Wiener in der Nähe in der Nähe ich kann nicht vor allem in der Nähe der Kirche und hier in der Nähe der Kette auch das Erste und der Kälte ich den Mann aus hier wollen wir ja wieder in der Nähe das ist doch ein weiter Weg er ist die Dachstattung von der Nähe haben wir erst gebaut ich komme es nicht rein und klar ich denke hier ist die Küche aber nicht mehr ich kann gerade die Truhe nicht öffnen Ich weiß nicht, woran das liegt. Du hast die Tür veröffnet, du siehst es nur nicht in der Tür. Ah, sorry, ähm, heute, wo ich essen... Hallöchen, Leute, hier sind wir mal wieder. Kurz ist gerade mein Minecraft abgestürzt. Und deswegen, wir kommen zu Part 2 von dieser, äh, epischen Reise. Das ist kein Part 2. Wir sind immer noch in der gleichen Aufnahme. Für mich ist es Part 2, also... Hier ist alles Part 2. Und hier ist sein... Und hier ist das Gästezimmer. Oh, die Schnauze. Nehme hier wieder ein armes Nimo. Danke. Okay. Hier ist das Zimmer, was er eingerichtet hat. Schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr es hässlich findet. Also ich wollte erst mal reinschreiben. Also, ich sitze hier noch in meinen Kackstuhl. Also, ich will nur, ich will nur, dass ihr seht, dass ihr nicht in meinen Kackstuhl. Und hier mein Zimmer. Na, das ist mein Liebens. Ja, der Typ ist da ganz in Sücher und macht meinen Hausgabe. Aber, Alter, ja, und dann leider wird die Aufnahme demoliert wegen dem Typen. Das wird doch alles repariert. Ja. Die Verlinkung ist gleich wieder. Und jetzt, damit ich schneller zeigen kann, gebe ich schön ein Game Mode 1, damit der Penal mich hier nicht haut. Okay. Wir gehen erstmal raus in deinem Kackstuhl. So, ich hatte den Kackstuhl. Okay. Die Map hier, wenn ich mal hoch... Okay, warte mal, sorry, Leute. Die Map, ich kann grad nicht fliegen. Wieso kann ich gar nicht fliegen? Hey, Alter, ich kann nicht fliegen. Ich kann nicht fliegen. Mir völlig gut. Warte mal. Der Spack hat mir keinen... Ich bin dem, dem kann ich nicht mehr fliegen. Ich kann nicht mehr fliegen. Wir sind hier keine Cheetah, nein, 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 wollen wir nicht sagen. Das ist so viel, deswegen kann ich nicht fliegen. Okay, hier ist ein hässiges Radhaus. Richtig hässlich. Ich weiß auch, das ist auch von hessigen Personen eingebaut worden. Tralalalalalal. Das ist wirklich hässlich, aber ich kann nicht dafür, dass mir etwas nicht besser aus eingefallen ist. Tralalalalala. Alter, ich komm noch nach. Tralalalalala. 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 Jetzt kommt meine Meinung. So, das ist ein Labor von mir, das geht eine Professor. Beißt du nimmst nicht auf, Junge. Was? Heute ist die Troller-Loll-Serie vor, wo wir den Typen da trollen. Okay, und dann sag ich schon mal jetzt, bis jetzt, gut, bye.